Billus mit 4, der hat auch 11 Buden jetzt. Sag mal was hat es denn da? Seid ihr alle von allen guten Geistern verlassen oder was? Gut wir haben keinen gekauft glaube ich oder? Schon wieder spielfrei? Joa. Oh Leverkusen next. Oh Rauental. Und ausloten. Ne für den Ausstand hatten wir jetzt schon noch. Irgendwie habe ich die immer so Mitte November im Koffer, aber das sind sie gar nicht. Wissen Sie was auch weird ist? Ich habe so die Tendenz zu warten, wenn ich mein Headset abnehme, zu warten, bis ich wieder was sage, bis ich das letzte wieder auf habe. Weil ich so, weiß nicht, unterbewusstes Gefühl habe, dass ich gemütet bin, bin ich nicht. Das Ding ist nur, ich habe kein Audiofeedback. Das heißt, es hört sich für mich quasi anders an, wenn ich rede, weil ich Audiofeedback habe, ich höre mich selbst und so noch. Oder Monitoring heißt es ja. Deshalb ist das, weiß ich nicht. Klingt das, wie als wäre ich gemütet, wenn ich, wenn ich das jetzt abnehme quasi. Klingt weird, ist auch weird, aber, ne. So, machen wir Jugendinternat, eine Sonderbetreuung. Sapinen fällt aus. Addukt, war das 13 Tage oder 13 Wochen? 13 Wochen wären Belastung. 12 Tage, ok. Also, ist nur die zweite, aber trotzdem. Oha, einfach nur das Bild, das sieht einfach aus wie ein junger Erwachsener. Jungspieler. Oh, ein großes Talent. Nee. 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 Nee, großes Talent ist mir nicht gut genug, Mama. Oha. Hm. I don't hate you. Nooo. Das Ding ist halt, jetzt so langsam, weißt du, dann steht nicht, wie es ist, wenn wir jetzt einen Blumen verkaufen würden, oder verkauft hätten, oder wie auch immer. Aber so ganz langsam sieht man halt ein bisschen Progress tatsächlich, in der Mannschaft, ne. Ähm. Das hat ein bisschen bitter ist, sage ich mal, aber Schlusszeichen. Also, ist jetzt nicht schlecht, ne, dass man Progress sieht, aber, ähm, weshalb ich meine, dass das vielleicht ein bisschen bitter ist, ist, dass wir wirklich, also ich sag mal, mit dieser Saison alle höchsten noch drei Saisons haben, mehr glaube ich nicht. Ist möglich, dass wir vielleicht noch eine vierte haben, aber ist sehr, sehr unwahrscheinlich, denke ich. Ähm. Kann auch sein, dass wir nur noch zwei haben mit der Saison. Und wäre natürlich schade, wenn wir sagen, okay, wir haben gerade einen Trend nach oben und, halt nicht rechtzeitig. Ähm. Ja, theoretisch besteht natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich mach, äh, wir ziehen das danach vielleicht trotzdem weiter. Aber eigentlich wollte ich das Ding schon, schon vorher abschließen. Ich denke, dass wir einen ganz guten Abschluss haben. Ich versuche auch, ähm, wie die, mäßig das Ding vielleicht, ähm, dass wir vielleicht so bis Heiligabend kommen, ziemlich genau. Weil, je nachdem, wie viel wir als Stream, äh, kann auch sein, dass wir ein bisschen von den, ähm, zwei pro Tag dann weggehen, ne. So, müssen wir mal gucken, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das ist wirklich nur so eine Vermutung, ob das dann so ist oder nicht. Keine Ahnung. Ähm. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt aktuell wären. Ich, egal. Also, auf der anderen Seite sind wir jetzt, glaube ich, bei, ähm, was weiß ich, 83 oder so, glaube ich. Also, ohne den Stream. Also, jetzt nach dem Stream dann vielleicht bei, weiß ich nicht, sagen wir mal 87. Unser Beispiel. Ähm. Ich glaube, wir haben bis 73 hochgeladen. Das ist der Sonntag. Das heißt, es fehlen noch 14. Das ist in der Woche. Dann sind wir schon beim 18, ne. Nur mit heute. Also, wenn wir noch zwei, äh, drei Streams machen oder so, kommen wir auch mit zwei pro Tag bis, bis heiligabend, glaube ich. Wenn nicht sogar weiter. Muss mal gucken. Da ist auch so ein bisschen die Frage, wann geht's weiter, wann geht's mit anderen Sachen weiter und so, dass man vielleicht schon irgendwie, sagen wir mal so ein bisschen daily, äh, upload, schedule, trotzdem auf YouTube beibehalten, auch danach, ähm, Guckt euch ein bisschen drauf an, was wir danach machen, ähm, wie die Videos sind, es gibt vielleicht, äh, die Möglichkeit, dass wir bei ein paar, bei, äh, dem einen oder anderen Projekt, vielleicht, ähm, ähm, äh, geschnittene Videos haben werden oder so, müssen wir mal gucken. I feel like a monster. Oh Gott, da muss ich doch schon wieder einen Vertrag anbieten, der läuft doch aus. Der wird doch gleich wieder geklaut. Jetzt sehe ich's erst. Eieieiei, der wird doch geklaut. Nooo. Können Karte, there's a poor man stealing. Ich hab aber auch gestern das spreadsheet angefangen. Mit den möglichen kommenden Projekten. This is how you remind me. WLAN ist kind of back, aber angeschlagen, das ist gut, weil ich glaub, die Maya noch bis nach dem Leverkusen-Spiel da ist. Also ist nicht gut, dass es angeschlagen ist, aber, ähm, ähm, ist gut, dass er noch so lange da ist. This time I've mistaken. Art would break in and I've been wrong. I've been down. Eins von dem Projekt oder zwei sind auf der PS5. So, gucken wir mal, wie ich das mach. Wenn ich das über dieses, über das Remote Play mach. Quasi am PC-Spiele. Wäre möglich, ist es nicht so dramatisch bei dem Spiel. Oder, ob ich irgendwie die PS5, ähm, hier andocke. Weiß ich noch nicht. Das einzige Schadere ist, ist dann vielleicht was, also, das ist jetzt wirklich weit in der Zukunft, ne? Ähm, Blumenfeld aus, sehr schön. Ähm, ist nicht WLAN wieder fit gewesen, Digga? Oder angeschlagen? Ohne Lust. Das ist jetzt belastet, dass wir jetzt mit Möckel, also, das klingt, das ist jetzt wieder ungefähr Möckel gegenüber, ne? Aber, dass wir jetzt mit Möckel die Mayo gegen, äh, Leverkus sein müssen. Das ist ein bisschen schade. Ähm, sind die schon wieder durch? Ich, die sind schon wieder durch. Fünfter, die A, äh, die B, die A ist, lässt ein Punkt aus der Rest zu spielen. Ich glaub, die gehen runter. Hier ist schön. Das ist schön. Das Problematische ist nur, dass wir hier wieder einen Playoff-Splatz haben, ne? Letztes Jahr fast abgestiegen, dieses Jahr können wir aufsteigen. Super. Super. Ähm, warten wir bis morgen. Ähm, ja, das, das Ding wär halt, wenn sich abzeichnet, dass wir vielleicht mehr so Projekte machen und auch die PS5 hier andocken. Ich weiß halt nicht, wo ich die platzmäßig unterbringen soll, tatsächlich, ne? Ähm, ich mein, wenn ich irgendein Platz, würde ich ja schon den PC noch elevaten, quasi. Und, ähm, erhöht präsentieren, wie auch immer. Ähm, aber, ja, ich wüsste nicht, wo. Ähm, die Möglichkeit wäre wirklich irgendwie links von mir, regalmäßig, den hier in die Wand zu mounten. Ähm, aber das Problem ist, dann steht er falsch um an der Wand. Da muss ich nur, boah, ja, ja, keine Ahnung, also das ist ja jetzt wirklich, also so, so hätte ich werde, wenn und aber, ne? Ähm, das kann ich mir so mal überlegen. Aber, ähm, ja, äh, neue Capture Card wär, wär so das, wenn ich sage, ich viel PlayStation 5 Content mache, würde ich's dann überlegen, ne? Schon jetzt absolut Overkill, ne? Gar kein Ding. Ähm, und auch nicht wirklich geplant, aber, ähm, wäre dann natürlich eine Überlegung. So, Minus 8 ist halt gar nicht soo, unwahrscheinlich, dass wir hier was nicht holen könnten, aber, ne? Aber, ne? Da würde ich ganz klar leben, das vor allem, weil wir, äh, nur Ersatzstürmer haben. Demire Capi muss uns halt jetzt im Spiel halten, also legit. Demire Capi muss Man of the Mesh werden, wenn wir hier Punkte holen wollen. Sei ganz klar, wie's ist. Oder halt die Mayo, weil er einfach sieben Buden macht, wäre es auch ne Möglichkeit. Gelb Dalival, nehmen wir so mit, soll ja nicht gelb-rot kassiert gleich. Was auch nicht so unwahrscheinlich ist, ne? Wir wissen ja, wie's läuft. Okay, Dalival ist runter, Brooks hätte noch gelb. Ah, das war so dumm, da, also kannst du nicht überlachen, ne? 1-1, keiner hat ein Tor geschossen. Zweimal Eigentor, Digga. Das ist bodenlos. Ich geh auf die 10, aber eigentlich ist ein Unstieg gegen die Vokussensaxes. Gladbach, off. Off. Lechmann, mit Eigentor. Trotzdem in der Mannschaft der Woche, jawoll. Jawoll. Ja, Mokoko, ganz schöne Flaute, wa? Du kleines... ...Würmchen. So, äh, jetzt muss ich aber langsam mal Lulu Pause, ne? Weil sonst, äh... ... geht das schief. Ja, das ist ja so. ... 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 fit. Die Maja ist wieder runter. Also okay. WLAN halt jetzt immer noch. Der fällt bis 4.12. aus. Das Laidlaw. Ja eigentlich können wir auch mit Laidlaw spielen. Ich meine ich würde es halt die Maja gönnen. Das ist halt das Ding. Können für die Entwicklung ganz cool sein. Ja überlegen was machen wir jetzt so weit ist. Wenn wir dann wieder beim Spieltag sind. Mal ran. Näh gefragt. Mal machen wir hier nochmal Aktualisierung. Okay tut sich aber nix mehr. Hier. Gucken wir mal kurz auf velgato.com.de. .com.de geht auch. Gut nice. Einfach nur so Interesse halber. Capture. Das ist jetzt die krasseste. Ist das die X? 4ks plus 60x. Das ist jetzt die krasseste. 4ks plus 60x. HDR10. Aufnahmen 108060. Was ist denn die krasseste? Ich glaube das ist die X. Ach das ist aber wieder eine externe. Hm. Weiß nicht dass das schlimm wäre aber. Ich glaube das ist ein bisschen so wie mit WLAN Zeug. 4k 60x Pro ist die. Alter die kostet 4k 60x plus auf 400. Huch. Digga. Ah gut diesmal mit Speicherkarte und so ne. Die ist vor unterwegs gedacht. Habe ich nicht die 4k 60x? Ne. Ich habe nicht die 4k 60x. Habe ich? Habe ich die? Ne habe ich nicht. Habe ich die? Ne. Die ist ja nicht. Äh sag mal. Wohin gehe ich denn? Ähm. 1080x 120hz easy. 1440x 144hz. Ok. Ok. Das ist die krasseste glaube ich. Das hat nie vom kostenpunkt. Nur so interessant als habe ich glaube ich 2,50. Ne? Ja. Ja. 2,50. Was habe ich die nicht für eine? Gibt es die gar nicht mehr? Ich lasse mir hier gerade ein bisschen ablinken. Elgato. Capture Card. Ich habe nicht die 4k 60x glaube ich nicht. Cambly Pro. HD 60x habe ich. Ich habe die HD 60x glaube ich. Ja. Schglobe. So. Gladbach. Und äh. Revierderby. Schalke. Dortmund. Kontergrund ist einfach 3er Form. Digga. Was ist mit dem los? Buzon. Wobei Lechmann. Ne Lechmann hat eine mega Form. Auf eine Gran Eigentor gemacht hat. Hallöchen. Was geht? Was geht? Integrationsprobleme bei Axel. Digga. Du bist seit weiß ich nicht wieviel Jahren im Verein. Was für Integrationsprobleme. War hier 3 Jahre da. Ist jetzt wieder seit einem Jahr da. Was für Integrationsprobleme. Da fällt dir aber früh auf. Nach 4 Jahren im Verein oder so. So. Dali Wahl. Haben wir auch keinen? Ja. Ich glaube für einen hatten wir keinen Mentor gefunden. Ne? Glaube ich. Ja. Das ist okay. So. Spielgespräche. Sie fragen. Wollen wir die Majo nochmal hoch oder nicht? Wollen wir die Majo nochmal oder nicht? Dann spielen wir mit Laidlaw. Weiß ich halt echt nicht. Ne? Für Laidlaw ist es ein bisschen Belastung. Und auch für Möckel tatsächlich. Äh. Wenn wir jetzt einfach die Majo hoch und dann in spielen anstatt den anderen beiden. Aber für die Majo wäre es halt vielleicht nicht schlecht. So ist das so ein 50-50. Tatsächlich. Weiß ich halt nicht. Weiß ich nie die. So. Haben wir eine krasse Form im Gladbach. Auch da ähnlich wie bei Leverkusen. Werden werden unentschieden mega. Noch krasser als gegen Leverkusen eigentlich. Aber. Nicht so wahrscheinlich. Ne? Weron. Direkt wieder getroffen. 2-0 is coming. Come on. Laidlaw. Prove me right. Glanzparade Damen. Schade. Da ist es. Schon fast solide. Das war so lange durchgehalten haben wir tatsächlich. Also die haben wir wirklich. Haben wir nur drauf gehalten gefühlt. Das ist. Oh. Das dritte kommt auch. Das ist durchhalten angesagt. Vielleicht ein Tor schießen wäre nice. Wenn wir es schaffen würden. Ansonsten ist durchhalten angesagt. 3-0. Schade. Ein Tor hätte ich. Ein Tor wäre schön gewesen. Ein Tor wäre schön gewesen. Damit bleiben wir auf der 10. Schwer 6 gegen Bremen. Der 17. Da sollte. Da sollte was drin sein. Moukoko immer noch nicht wieder getroffen. Moukoko irgendwie ist sehr. Ist sehr. Keine Ahnung. Haben die den vergraben. Wir haben den erst Weihnachten wieder aus oder wie. Die Mario Kapsel des Knöchel. Können wir vielleicht auch hochholen sollen. Jega. Hochholen sollen. War. 2-2 gegen Erzgebirge. Ist okay. Stehen jetzt mal jetzt. 6 Punkte gegen Hertha. Wollen wir nochmal Hertha da drin? Ne. Müsste schon das Hertha gewesen. Da gegen die die dann gewonnen haben. Oder? I guess. Ne da. Gegen die. Zehlendorf. War das. Zehlendorf. Nicht, nicht, nicht die. Nicht CFC. Oder? Ja. Letzter Spieltag der Hinrunde ist gegen. Magdeburg. Von. Alfa. Pippstil. So. Wir dürfen gegen Bremen. Englische Woche sogar. Englische Woche. Bremen ist da wieviel der Spieltag? 13. Uh. Bremen Ingolstadt. Guck mal Leute. Ne. Das ist. Das muss eine 6 Punkte Woche eigentlich sein. Wenn das eine 6 Punkte Woche ist, ist das geil. Aber. Es ist halt auch genauso belastet, wenn es keine 6 Punkte Woche ist. Das ist halt das, was ich meine mit dem. Mit dem taffen Anfangsprogramm. Ne. Dann kommt halt. So eine. So ein Programm mal. Ähm. Und vielleicht danach dann noch eins. Ne. Ich will mehr als ein großes Talent. Mindestens ein riesen Talent. Eigentlich mal wieder ein Jahrhundert Talent. Das will mal wieder was. Einfach mal so ein. Brecher. Einfach mal so. Bamm. Neun Sterne. Metu. Sören. Metu. 2. Das wäre geil. Hard. Angered. So far. Ich will einen von denen wiederholen. Mindestens einen von den Leuten wiederholen. Das sage ich euch. 77. Miserable Form. Miserable Saison. Also. Gefühlt schreit das nach Selbstläufer. Gefühlt. Betone ich mal. Noch dazu vielleicht. Heifelt für zwei Tage aus. Der ist wieder fit. Bis wir. Ähm. Nach Ingolstadt fahren. Ne. Bis Ingolstadt zu uns fährt. Das war die, wie sie vorher waren. Du wirst mich nicht mehr nicht mehr erkennen. anymore. Come on. Ich will ein 2-0 zur Halbzeit. Ist das machbar? Wir kriegen eine gelb-dote Karte und verlängert das Spiel. Ich habe es im Burin. Ich könnte jetzt sagen mit wem du redest. Ich weiß nicht ob du schon mal auf Twitch unterwegs warst oder generell Livestreamings als YouTube oder irgendwas anderes. Trovo oder was es noch alles gibt aber ungefähr so funktioniert es beim Streaming. Der Brian. Was geht was geht? Was für ein Punkt. Jetzt geht das wieder los. Moin Moin. Come on. 2-1. Nein. Rein da Ding. Rein. Ja soviel zur 6-Punkte-Woche. Soviel dazu. Ach komm. Wir gehen einen hoch. Wir gehen auf die 9. Vorbei an Schalke. Mit einem Punkt. Let's go. Ingo Stahl des Nächstes. Die sind auf die 16 gerutscht. Die waren auf 14 tatsächlich. Danach gegen Augsburg. Auch die unten drin. Das ist ja genau wie gesagt das mit dem ja ausgereicht dem Tafenprogramm am Anfang. Aber dann haben wir noch Dortmund dabei. Aber dann noch Hannover. Also das Restprogramm ist Abstiegskampf und Dortmund. Moukoko hat man wieder getroffen. Hat am 13. Spieltag dann doch lieber sein 19. Ressour gemacht. Man glaubt es kaum. Ist jetzt bei 19 Toren obwohl er irgendwie 4 oder 5 Spiele in der Folge nicht getroffen hat. Trotzdem 19 Tore in 13 Spielen. Absolut bodenlos. Sinnlös würde ein mancher sagen. Heiles wieder fit. Das ist sehr sehr nice. Schön dass das Neues Gänzling selbst vom Atmen rein triggert. Danke für eine Follower. Vielen Dank. Appreciate it. Ard und Heil ist wieder fit und herzlich willkommen. So Deutsche lassen wir daheim. Ja gut. Wir haben Göttling dabei. Blumen ist wieder fit. Das ist sehr schön. Laidlaw 960. Ah. 69 Kjapa. Komm. Ist ein bisschen schade für Laidlaw Möckel bin ich ehrlich. Aber die Mayo ist halt einfach der Bessere in dem Moment. So leid es mir tut. Und er ist die Zukunft. Der Mann ist noch jung. Noch. Ich hoffe mal dass ich das nicht so schnell ändere. Aber noch ist es die Zukunft. So gut trainiert. Und die zweite gleich nochmal neu aufstellen. Weil die gerade aus unerklärlichen Gründen in Stürme verloren haben. Vom Erdboden verschluckt. Weiß gar nicht wo den ist. Definitiv nicht in die erste. So. Und jetzt war auch wieder aufgestellt. Guck mal kurz an die Jugendscouts. Wenn wir da mal dran denken. Aber zu die mal ein bisschen supporten. Madra dürfte man ein bisschen durch die Gegend fahren. Belletikos. Komm schon. Stiften. Jugendscouts. Sponsoren. Schmeiß mit Geld um uns. Schmeiß die Furfies durch den Club. Jetzt gegen Ingolstadt. Come on. Also wenn wir jetzt nicht vier Punkte zumindest holen aus der sechs Punkte Woche. Dann weiß ich auch nicht. Ja Digga. Why you do me like that? Don't do that. Come on. Guck mal Leute. Hallo. Spielen wir auch mit? Danke Brooks. Danke. Noch eins? Come on. Ihr wolltet es doch auch. Anlassparade. 92. Brito. Erste Saisontor. Eieieiei. Enge Kiste. Aber ganz enge Kiste. Oha. Frankfurt zieht in der ewigen Tabelle Stuttgart vorbei. Stuttgart ist aber auch nicht in der Liga oder? Ne Stuttgart ist in der zweiten. Das heißt Frankfurt wird auch von. Wie hauptsache wir gehen trotzdem mit Tabellenlaster runter. Weil Leipzig einfach höher gewonnen hat. Wo denn los? Jetzt kommt Augsburg und danach kommt Dortmund. Manche Spieltags wieder Betzner. Immer wieder Betzner tatsächlich. Also das ist immer wieder das zweite Mal. Aber trotzdem. Ach ja Menino ist ja auch in der Liga. Haben wir die ganzen ehemaligen Palmarillas Spieler jetzt in der Bundesliga. In der Bundesliga. Und Kenzie hat getroffen. Moukoko wieder nicht. Ist ganz schön Belasto. Also würde mich belasten wenn ich eher wäre. To be the bad man. To be the sad man. To be the bad man. To be the bad man. So Schulungszentrum ist ausgebaut. Geht mal sowohl in das Zentrum. Verletzungen ein bisschen entgegenwirken. Ah die Maja hat jetzt die erste Verletzung. Der Kapselriss. Haben wir gar nicht aufgewandt. Das war echt mit die erste Verletzung. 154.000 Erschnitt. Wie viele Leute passen in dieses Kack Dortmunder Stadion ist mittlerweile. Alter. Ich muss das ja gigantisch ausgebaut haben. Ey wir sind nicht letzter. Ingolstadt hat weniger Zusammenschnitt als wir. Yes Boys. Ist tatsächlich außer uns jetzt kein mehr der wirklich überraschend ist in der Liga. Auch Ingolstadt ist ja als Ausstieger. Werden wir auch heutzutage legitim. Ich weiß nicht wo die jetzt gerade sind. Also jetzt gerade im Moment. Aber war ja zumindest in nicht allzu ferner Vergangenheit. Dass Ingolstadt erste Liga war. Bugus anfällt wieder. Sag mal ist der verletzungsanfällig oder was? Ne ist der Rechtsverteidiger. Das ist wieder das Rechtsverteidiger Problem. Benartikel. Ja 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 baut ihr einfach was ihr wollt. Ne genau. Genau. Baut ihr einfach was ihr wollt. Ja ja. Vier Tage. Schafft das halt nicht ganz gegen Augsburg. Oder? Könnte auch morgen wieder fit sein. Weiß ich nicht Digga. EM 2040. Spanien. Kommt als nächstes. Dann Deutschland. Und dann ist sie in England. Ja. Aber sag mal ist die EM auch mal in kleinen Ländern. Also irgendwie Slowakei oder sowas. Gefühlt gar nicht ne. Gefühlt das ist immer eines von den vier Ländern. Also kommt mir so vor zumindest. Wo 87? Ah weil die Meier fehlt. Weil ein Spieler fehlt. E. 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 Say it. Wieland ist nur noch angeschlagen. Yesa. Der ist auch bald wieder fit. Das ist sehr schön. Sehr sehr schön. Einmal Frustration. Müssen wir mal gucken wer das ist und warum. Wahrscheinlich. Ah keiner. Ja. Ich dachte Betzner. Aber. Der spielt jetzt sogar ab und zu ne. Berge zum Beispiel spielt eigentlich gar nicht mehr. Oh das spielt fast gar nicht glaube ich. Wollte ich auch gar nicht. Bin ich ehrlich. Aber gut. Also das sagen wir es. Betzner. Behind blue eyes. So. Oh. Ne. Mannschaftsteiger sollte da was drin sein. Aber wir würden wieder. Das ging trotzdem erst kassieren. Bin mir fast sicher. Weil wir es irgendwie dauer machen. Da haben wir so ein. Fetisch für. Ich weiß halt nicht warum. Kommen. Ausgleich vor der Halbzeit vielleicht mal. Um das nicht ganz so spannend zu machen hinten raus. Aha. Yeah. Entschuldigung bitte was. Ich dachte wir haben jetzt einfach die Chance ausgenutzt. Aber ne. Wir haben einfach nur ein Tor kassiert. Sag mal. Können wir vielleicht auch mal mitspielen? Wir haben fast 100 Mannschaftsteiger mehr. Jetzt können wir wieder kämpfen dass wir irgendwie vielleicht einen Punkt noch holen. Ist das bodenlos? Ist das bodenlos? Betzner. Blum. Ist das bodenlos? Wieder nur ein Punkt. Ah. Kannst du mir das an. Wir bleiben auf der 10. Und jetzt geht es gegen Dortmund. Betzner. Kannst dir nicht ausdenken. Kannst dir den nicht ausdenken. Moukoko hat die 20 vorgemacht am 15. Spieltag. Der zweite krieg gegen Babelsberg auf den Sack. Pass auf. Jetzt schiebt man wahrscheinlich Dortmund ab. Dann weiß ich halt gar nicht mehr weiter. Die Frage ist Weltfußballer nach Dortmund. Weiß ich nicht. 16. Wenn ja dann ist 16 wirklich der früheste wahrscheinlich. Also 15. glaube ich nicht mehr. Aber es ist am 20. denke ich. Oh Gott. Spiels am Freitag? Wat? Was denn da los? I'm losing into the night. There's too many men. Too many people. See you on the枚 F현. Alle Sacken Wuch so sehr denen. Nicht schlecht oder schade nicht auf ihn war. 9 62 wirklich verlockt einfach mit der zweiten manche rein zu gehen weil manchmal dass er noch noch was hilft er also gab auch schon viele wo ich dann mit der zweiten manche plötzlich gewonnen habe haben wir noch ist das das letzte spiel vor der wendepause haben wir noch hannover wir gehen mit der zweiten garte rein gehen da ist man der zweiten garte rein so ein ding ist das könnte tatsächlich komplett mit der zweiten garte rein wieder alle fit sind das ja nice ja kummer gucken ob es zweistellig wird war ja aber auch die zweite garte wäre besser als glatt bach nicht glatt bach augsburg bremen ingolstadt jetzt wird man gucken wieder drei buden machen das auf jetzt ist er plötzlich wieder jetzt ist er dann wieder alert glanzparade kaufmann also kaufmann kommt nicht ohne mindestens eine glanzparade aus dem spiel gegen uns hatte glaube ich noch nie wird auch noch wird auch nicht möckel david möckel die alte maschine das ist genau das was ich meine echten und das obwohl wir die erste geschont haben die zweiten spielzeit gegeben haben es hat sich nichts gehen in einer tabellen situation außer mainz und wir na gut es hat keine gespielt vielleicht deswegen haha ist das dumm ja gut das wird wahrscheinlich nicht so bleiben na gut elf des tages vielleicht aber man guckt nicht getroffen wenn man gesagt hat man gucken ob weltfußball ist am sonntag ist aber ich glaube fast ja doch doch weltfußball wird am sonntag sein warum was der siebzehnte ist ich dachte das erste ist der sechzehnte was hat er vier nee 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 das war über das zu 6 0 pokal naja ist halt so ne bin 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 so war moco also muss ja fast nur koko sein allein nach der nach der hinteren runden allein nach der hinteren runde wahrscheinlich aber franz ist wieder wenn wir wieder 2 wobei auch franz auch gar nicht so schlechte chance hat wahrscheinlich aber muss man werden ganz klar ist so von mokoko was auf der dritte nominierte ist danilo oder der andere stimme die haben doch noch stimme o o o irgendwas ist echt dann wieder aber drei dort unter nominiert ach du kacke das kannst du auch kann man zählen einfach drei dort unter nominiert von welch fußballer also allein auch solidarität muss das mokoko machen wer ist das fünfte in folge das fünfte in folge dann noch als mindestens der vierte können auch nur vierte sein nur ich glaube ist der vierte in folge ja 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 ich will gleich noch mal gucken ob ich bin mir ziemlich sicher dass der vierte ist oder zwei und vier hat der sexuellen fußballer titel dank absolut krank angebot für die karten die frage schafft er noch ein oder zwei aber also bei der quote ja bei der quote bisher absolut ja jetzt muss man die uhr läuft die saison aus berge aber der wird aufnommen so siolo würde würde kriegt er aber nun bei 100 sind wenn doch möchte nicht okay aha aha ja der möchte gar nicht über den anderen flug probieren zum ersten erst noch mal da noch ein bisschen geistiger umschwung mental umschwung oft noch mal senkrecht schade haben wir keinen dabei schade können aber in der gut die maria vielleicht aber der wird halt nicht zählen weil der zweite ist noch glaube ich denke ich denke ich so wir haben die beste mannschaft definitiv definitiv und hang slowly ja 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 spielen wir so absolut so mit neuen mentoren ist das krass wie ausgeglichen die spielgespräche bisher sind eine frustration da drin stehen gucken ob die sich legt ja tut sie sehr schön sehr sehr schön und dann ab gegen hannover letzte spieler hinrunde unsere form anscheinend miserabel so steht das ja gar nicht ja doch die ganzen unentschieden waren echt kacke eigentlich jetzt mal 68 kommen Leute nicht schon wieder ein gegentor direkt einfach mal das 1-0 und einfach mal souverän ins spiel rein starten schaffen wir das? und wieder ein verletzter yes blue mit dem siebten tor der saison ist nicht gerade viel aber nehmen wir mit oh latte schade come on yes nochmal bloom let's go das ist nicht bloom auf jeden fall ja und das haben wir direkt gesagt wir gehen das nach hannover tor aber bloom wäre der hatrick gewesen komm mal Leute danke dass wir jetzt nicht noch ein tor kassiert haben nicht so souverän wie ich gehofft hätte aber gut sieben tage für WLAN ist glaube ich sowieso nicht so schlimm wegen kurze Winterpause und so noch dann starten wir da rein gegen Schalke wir sind auf der 10 haben 4 Punkte auf die 11 immerhin also wir haben nach hinten ein bisschen Luft das ist schon mal gut schon mal gut Dortmund hat 5-1 gewonnen Okkenzi hat 2 Buden gemacht Danilo ist wieder in der Mannschaft der Woche Moukoko hat wieder nicht getroffen aber auch die Okkenzi hat 24 Scorepunkt Moukoko auch bodenlos und Bayern ist Herbstmeister ach du Kacke wo gibt's denn sowas und waren die zuletzt vor 5 Jahren zuletzt Herbstmeister sind aber nicht Meister geworden das sind die einzigen 2 Titel die 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 letzten 10 Jahre geholt haben 2 Herbstmeister schwierig sehr schwierig ist wie es ist Idee ist wo dies oh 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 yeah so das Spiel ist sogar recht zeitig machen wir ein Kustzentrums Lager bam noch hier ein Friendly gegen Flieden bam machen hier eine Spielefeier hier schon mal wechseln weil wieder nicht rechtzeitig fit sein wird glaube ich vielleicht würde gerade so also wenn dann ist an dem tag fit oder gar nicht in every line die einzigen die fehlen sind dreimal stammspieler aber bei anderen spieler vielleicht doch mal ein ziel herunterschraubung nahe legen noch vorsichtig auszudrücken so 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 I won't lie, it doesn't matter a harder try and I don't know that I won't be satisfied. Ja, nee, ich glaube nicht, dass heute noch ein Paket kommt, bin ich ehrlich. Ha, warte, gehst du dich, Digga. Ah, das ist geil. Möge Marokko, Kroatien finale. Re 이걸 in Marokko. Kroatien final? bist du so zehntest du lieber dass du solide absolut so wollen wir dabei nirgends brito ist immer platz 15 der mittelfeldspieler offensiv armen blum immerhin auf platz 10 war immerhin es gibt kaum spiele also stürmer gibt es drei mittelfeldspieler gibt es auch nur drei insgesamt schwierig schwierig ende du hast nicht so gut wie gedacht schade was du nix wach machst nix so ein gut für blumen er hat noch vertrag dementsprechend weg durch so noch ist er nicht gerade negativ gestimmt deswegen also alles sie so am in die deutsche betzner in die deutsche betzner müssen wir vielleicht mit mit den wegen den ziehen in die deutsche betzner session zumindest zumindest denken sie drüber nach noch ein jahr dann muss er nicht absolut nicht so friendly kein gegentor bitte und 50 wir wieder so eine benchmark die 1 tor weniger und alles kassiert nicht so geil aber okay aber okay you know way kind of listen to my yay let's go actually good news hoffen wir mal auf das beste war oder sind gesunde oha nee möckel geht unter oha brito könnte hochgehen darum natürlich immer rum und immer märz oha gut war nicht viel aber nehmen somit wenn es die mayo dann noch dabei ist guck mal wo ist die mayo wo ist die mayo axel schade keine meyer ok schade lade lade Observ perdu also dort im verträgen gustes alles zweite die kann man dann noch mal probieren das ist schade ja gut sind nur vier wochen habe ich ein schlimmer erwartet aber gut vier wochen kriegen wir hin vier wochen kriegen wir hin definitiv folgendes machen wir jetzt keinen cut also doch ein bisschen wir haben jetzt den ersten ersten ich habe noch bock weiter zu machen dementsprechend heißt das aber weil ich noch mal einkaufen gehen wollte dass ich das jetzt tue weil ich tendenziell eher richtung saison noch fertig spielen gehen will und nachdem um acht die läden zu machen hier in bayern muss ich das dann jetzt einschieben das heißt wir gehen jetzt in die pause ich sag mal ich hoffe mal spätestens um sieben sind wir wieder da und dann geht es hier weiter dementsprechend dann wirst du schon so war wenn er keine zeit mehr habt später würde ich noch einen schönen abend ansonsten wenn das immer bodenlos von mir war kommen so wieder an dem pc hat er mir so läuft denn keine musik ist das einfach weil ich das nicht bei mir so leistet weil ich im auto ja über handy automatisch blutwürfen musik an hatte und das dann hier posiert hat deswegen weil er zweimal usage und so ist das bodenlos aber gut wir sind wieder da so zeit für die rückrunde medals zeit für die rückrunde jetzt kann ich mir da unbedingt geben reise ist nicht so begeistert auge ist nicht so begeistert aber ich denke mal vielleicht noch ein paar verträge verlängern und berge nicht spende vielleicht nie da mal ja und dann schon kundige schwende verkaufen so die da denken sie warum sie die kai rano hier nämlich die klauseln raus im großen ganz ein bisschen billiger hänsel maybe yes sir nö 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 ja ja und erfordert würde wahrscheinlich aber will ich gar nicht will auch gar nicht gut der hat ein ding und der auch dann würde ich den tatsächlich verkaufen verkaufen wenn ich den verkauf bekomme wasserburg spielagenten wenn sich keine finder findet sich keiner noch das hat dann so und geschwender auf das fährdeste wo kommt ein bisschen money wert noch und 2 1 4 oder so ein bisschen aus der brust jetzt so sag ich sag ja wie es ist so 15 ist in ordnung das ist ein wert wenn ich wahrscheinlich annehmen wir mal 4 hier wir haben 1 2 3 7 2 hören auf und der andere ist vollrad ja neues nächste saison haben wir bujan würde verlängern nehmen wir somit machen wir eine option die auflaufprämie kriegt er von mir aus zu null bonus auf jeden fall weil zu null spielen ist schön dafür nehme ich auch gerne geld in die hand machen wir hier wir verbunden auf 4 ähm in der regel spielen auf 1 6 ist glaube ich ok brooksi weiß ich noch nicht warten wir mal noch möcke warten wir auch noch die werden halt älter ne Kurt weiß ich auch nicht tatsächlich ja das warten wir tatsächlich nochmal ab der zweite aber da Jakku würde ich verlängern möchte er aktuell nicht Reyes würde ich vielleicht verlängern möchte wahrscheinlich auch gehen Marvin Macher möchte er auch nicht aber das wahrscheinlich einfach nur zu früh für ihn ähm setzen wir euch aus ist hier irgendwer dabei ja Daliwal mhm was wollt ihr jetzt noch ähm Keeper soll Macher spielen straten äh kann Lika spielen wenn straten wir sowieso nicht sogar zu früh für die Lika macht das ist ja ganz gut dann kann er durchspielen die Majo macht das fein ja das ist glaube ich ok glaub der Rest ist ok jaja oh yeah ähm ja kann er haben da mal verlängert das ist schön das ist schön Grupp und Yalla Bär und 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 Kalzer Kalzer zum besten möchte ich nicht Händel unterschöpft die Garnel nein 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 ähm spielefeier jawoll alles nichts positives gebracht aber auch nichts negatives also ja doch frische punkte theoretisch aber dann verkraften wir kein fall in vollrad interessiert ja ich auch nicht wahrscheinlich werden wir ein angebot bekommen schütze fast aber wenn ich leute vertreten aus wenn er geht zu marburg das darf er tun und das wahrscheinlich ein schnabber gemacht wenn er bei denen spielt aber soll gegönnt sein so in die rückrunde starten mit dem sieg gegen schalke hauber da so ist jetzt schon auf 2 auf 3 auch noch mal den sonderbetreuungsplatz noch wenn es denn schon auf 2 ist was war das denn ich weiß ob das noch ein bad war oder was auch gehört hat ja gut kann glück spielen überall weiß ich warum die musik fleiß ist ich hoffe mal viel pixel ist da um 30 meter gedreht oder das ist maybe ja ich glaube schon schade also wirklich schade also ist jetzt nicht der welt oder gar absolut nicht aber schade so und für der geld hat checken wir gleich ich vermute mal dass das dass das aufgrund der vertragsverlängerung gekommen ist also irgendeiner das heißt irgendeiner habe ich von mehreren leuten vertrag verlängert ich glaube nicht da habe ich angeboten hat noch gar nicht verlängert weiß ich gar nicht aber schon verlängert aber es ist ja egal für die gelder hat wer möchte weil der 200 prozent weniger als berge hat fisch ja ist wahrscheinlich tatsächlich aber ich glaube da muss er mit leben erstmal bergert am ende der saison auf ich dann stufe nicht den hoch dann zieht dann zieht das wieder ein anderes hinter sich der auch mehr geld will und keine ahnung dann endet das irgendwo und das nur wegen dem spieler der sowieso am ende der saison weg ist das muss nicht sein Blackberry BAM LAM